Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Oh Gott, oh Gott! 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 Jetzt hast du deine Antwort Kopf. Die Königin ist gegen Odin. Sie sperrte die Walküren ein, um ihn zu trotzen. Sie hasste Odin ganz zweifeln. Aber ich habe ihre Verantwortung. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott!